Ein wirkungsvolles Mittel zur Abwehr von Mäusen herstellen. Sie sind nicht ganz ungefährlich, aber du wirst schon klarkommen. Ich überlasse das dir. Ja, wir sind wieder die Männer fürs Grobe. So. Dann, Kollegin. Ich habe hier deine... Lieferung. Das scheint nicht da zu sein. Die Materialien, die sie angefordert hat, hier lassen? Ja. Scheint, als hätte es nicht genug Materialien. Okay, gut zu wissen. So. Da unten. Da unten. also dann wo suchen wir zuerst gibt es hinweise nein gar nichts bevor ich dich getroffen habe habe ich bei ihnen zu hause nachgefragt parvana was klang als wüsste niemand wo die beiden hingegangen sind was glaubst du sollen wir tun parvana wir sollten ein paar leute fragen gute idee irgendjemand muss sie ja gesehen haben wo sie hin sind gehen wir wir können nicht den ganzen tag nur so umsetzen weil es das reden einfach mir ich finde schon raus wo wenn und wenn hingelaufen sind engagiertes mädel so ich gehe jetzt erstmal meine küche ordern sollte jetzt ja offen haben schübido möchen küchentheke bestellt so bald kann ich kochen so wollen wir ein bisschen geld verdienen du suchst nach wenn und wenn richtig ja die beiden habe ich eben hier herumschleichen sehen ist gar nicht so lange her haben gesagt sie suchen nach einem erwachsenen der sie raus in den jadewald bringt in jadewald was wollen die denn da nicht dass wüsste sie wollten mich fragen ob ich mit ihnen gehe aber ich habe viel auf dem feld zu tun trotzdem vielen dank also sind wenn und wenn den jadewald gegangen so ist auch diesen kleinen lause bengel nicht wahr jetzt wo ich darüber nachdenke vorhin auf dem marktplatz habe ich gehört wie sie von irgendwelchen strategien gesprochen haben sie haben nicht zufällig gehört was das für strategien waren oder nicht wirklich nur gemurmelbar gestank und irgendwelche mengenangaben es war alles sehr verdächtig merkt euch meine worte die zwei führen nichts gutes im schilde sag ihnen dass ich nur auf der spur bin wenn du sie findest ja melika oh glauben sie mir das werde ich strategien was planen diese zwei nur nichts gutes so wie es aussieht so hallöchen wenn und wenn die habe ich am dorfeingang rumlungern sehen wirklich wann war das ungefähr das glaube ich nicht allzu lange her du solltest sie noch einholen können wenn du sofort los gehst ich frage wirklich was die beiden vorhaben ich hoffe es ist nichts dummes keine sorge wenn parvana und ich sie finden reden wir ein ernstes wörtchen mit ihnen oh da wette ich drauf oh ja klingt als wollen wenn und wenn aus irgendeinem grund in den jadewald gehen sie sollten es besser wissen als einfach so das dorf zu verlassen glaubst du sind alleine gegangen das hoffe ich wirklich nicht ich auch nicht die beiden können so leichtsinnig sein dann sollten wir uns beeilen ich gehe vor wir sehen uns dort parana junge liebe ja liebe kann man es nicht nennen das ist sie sind nicht hier glaubst du sie haben das dorf schon verlassen irgendjemand muss sie gesehen haben entschuldigen sie haben sie vielleicht wenn und wenn irgendwo gesehen wenn und wenn ich glaub die sagten sie wollten in jadewald moment hättest du nicht mit ihnen gehen sollen parvana warte was da waren aber die ganze zeit über bei mir das ist aber seltsam sie sagten dass parvana mitkommen würde ich kann es nicht glauben die beiden haben gelogen damit sie allein in jadewald gehen können wir müssen sie schnell finden du hast recht gehen wir gehen wir in jadewald die beiden kleinen lausebuben na 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 alles klar ich bin dran erhalte befehle verstanden mission mit eingeleitet diese menschen werden untergehen deine wahrnehmung ist etwas verzerrt kleiner meine mission ist es die umwelt zu schützen ich bin nicht hier um abel anzugreifen wirklich ja in meiner wolke erhalte ich das ökosystem eben dieses waldes aufrecht ich weiß nicht was ein system ist aber das klingt cool wer ist da ich sehe du hast meinen brief gelesen vielen dank warum spielst du hier mit einem kind ich wollte nicht mit ihm spielen weil mich darum gebeten und ich konnte ihn nicht alleine lassen anscheinend heißt dieses spiel prinzessin und das omen ich habe diesen jungen gefunden wie er ganz allein im wald herum irrte als ich meine tägliche umweltprüfung vornahm zuerst brachte ich ihnen sicherheit und begann dann jemanden zu suchen der ihn nach leerte zurückbringen könnte sie selbst es würde ein aufruhr verursachen wenn die menschen mich sehen würden ich würde gerne jegliche unnötige unruhen vermeiden würdest du das nicht auch so sehen könntest du ihn bitte mit dir nehmen alles klar kleiner mann du hast kannst jetzt nach hause gehen nein was ich gehe nicht zurück ins dorf nie wieder kinder es ergibt keinen sinn kinder sollten bei ihren eltern sein wieso weigert er sich zurückzukehren das nachdem ich mir so detailliert erklärt habe warum es gefährlich ist weiter in den wald vorzudringen wir müssen hinein holen ja du hast recht so oder so ist die situation recht kompliziert geworden wir müssen eine lösung finden folgen wir dem jungen immer mehr omen immer mehr omen so suchen es muss die frucht sein von der die frau gesprochen hat ebenso viele früchte wie möglich sammeln noch mehr jetzt geht es hier lang hm kritisch so freunde da sind sie haben sie nur ah sei still wendt oder willst du dass uns ein monster erwischt du könntest dich etwas beeilen das reicht noch lange nicht um ah das ist noch viel schlimmer als ein monster wie nennst du hier schlimmer als ein monster nicht zu fassen dass du so gemein sein kannst erst nachdem wir den ganzen tag damit verbracht haben euch zu suchen uns zu suchen wieso wenn wir uns sorgen um euch gemacht haben was habt ihr überhaupt getrieben Samen gesammelt naja wir Ben sei bloß still na gut dann sagt es mir halt nicht deshalb bin ich sowieso nicht hier ich wollte mit euch reden Milika warte äh du musst uns gar nichts erzählen wir arbeiten schon dran äh ihr arbeitet woran wir kümmern uns darum ok komm gehen wir Ben hey warte wartet einen Moment sollen wir ihnen folgen na klar die beide haben definitiv was zu verbergen ich glaube sie sind zurück ins Dorf gerannt komm schon folgen wir ihnen ich mach gleich parallel noch ein paar Quests so hier siehts ruhig aus die sind immer noch nicht genug sammeln noch mehr gar kein Ding hier unten so zock 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 genug Früchte um Shirin versöhnlich zu stimmen wow ouch sch 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 Erledigt. Sieht aus wie ein Ring, ein Name ist eingraviert und da steht Shirin. So ist die Früchte, also mach dich auf den Weg zum Haus. Das wird right in the Fields gehen. Äh, ich hab kein Sandwich mehr, ne? Natürlich nicht. Hallo Kleiner! Hilfe! Mama! Papa! Bleib zurück, überlasst das uns! Erledigt! Eliminierung des Ziels bestätigt. Das Kind ist in Sicherheit. Wow, wie stark du bist! Danke! Warum bist du weiter in den Wald vorgedrungen? Du wusstest, es ist gefährlich. Ich dachte, ich hätte dir geraten. Nein, dich gewarnt, dass du das nicht tun solltest. Weil... Hast du meine Warnung nicht ernst genommen? Ist es nicht offensichtlich, dass es gefährlich für ein wehrloses Kind wie dich ist, allein in den Wald zu gehen? Es tut mir leid. Und was du vorhin gesagt hast, war unbegreiflich. Warum weigerst du dich zu deinen Eltern zurückzukehren? Es ist äußerst schwierig für ein Kind, ohne den Schutz seiner Eltern zu überleben. Hier zu bleiben wäre höchst unlogisch. Weil... Wie soll er denn so antworten? Dann überlasse ich das dir, Abel. Du weißt, wie man mit deinesgleichen zu sprechen hat. Warum bist du weggelaufen, Kleiner? Weil Mami und Papi nie zu Hause sind. Sie müssen immer arbeiten. Ich bin immer ganz allein zu Hause. Ich esse alleine, schlafe alleine. Andere Kinder müssen das nicht. Deine Eltern arbeiten, damit sie dir ein unstabiles Umfeld bieten können. Nein, tun sie nicht. Sie hassen mich. Sie lassen mich allein, weil sie mich nicht mehr lieb haben. Du bist zu einem falschen Schluss gekommen. Was meinst du damit? Man sagt, Eltern seien genauso abhängig von ihren Kindern wie diese von ihnen. Es ist unwahrscheinlich, dass deine Eltern dich grundlos alleine lassen würden. Zuerst solltest du ihre Motive ergründen und die Basis ihrer Handlung nachvollziehen. Ich weiß nicht, was all diese schwierigen Worte heißen. Er sagt, du solltest mit ihnen reden. Ich schätze, das zugrunden liegende Problem ist ein Mangel an Kommunikation. Warum willst du mich so dringend nach Hause schicken? Wohl die ganze Zeit, die du mit mir gespielt hast. Ich habe nicht mit dir gespielt. Ich habe dich lediglich beschützt. Hast du mich etwa auch? Es ist irrelevant, ob ich dich mag oder hasse. Ich möchte nur, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu beschützen. Wir alle müssen unsere eigenen Rollen spielen und ich meine eigene Mission erfüllen. Du stehst dieser Mission im Wege. Also gut, ich gehe zurück. Kann ich ihn bei dir lassen? Ja, ich nehme ihn mit. Mein Dank ist dir gewiss. Also die Omen sind für das Ökosystem verantwortlich? Schon seltsam. So, ist ich hier hoch? Nein, da vorne. Ich muss echt gucken, dass ich irgendwie versuche damit klar zu kommen. Das ist ein ziemlich schwieriger Ort. Ich muss noch irgendwie alle Klassen so ein bisschen meistern. Warte. Ich will nicht nach Hause. Ich wette Mama und Papa machen sich nicht mal Sorgen um mich. Weil sie mich nicht lieb haben. Das kannst du nicht wissen. Das kann ich wohl. Ich weiß es einfach. Ich bleib im Wald. Ike! Oh, dem Himmel sei Dank. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Mama? Papa? Was macht ihr hier? Wir haben dich natürlich überall gesucht. Wo warst du die ganze Zeit? Bist du verletzt? Ich hoffe, dass es nicht zu viel Angst. Müsst ihr nicht arbeiten? Ike! Du bist uns so viel wichtiger als die Arbeit. Aber, aber ihr seid immer arbeiten. Die verbringen die Zeit mit mir. Es tut uns leid, Ike. Du warst offensichtlich sehr einsam. Du musstest so lange damit zurechtkommen, dass wir nie da sind. Und wir eigentlich hätten zu Hause sein sollen, um dich zu verhätscheln. Mama! Papa! Siehst du, er hatte recht. Ja! Tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Solange du in Sicherheit bist, ist das egal. Komm, zu Hause wartet ein leckeres warmes Essen auf dich. Ich gehe jetzt nach Hause. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Könntest du diesem Ohm bitte auch von mir danken? Das werde ich. Wenn er noch da ist, um es mir auszurichten natürlich. Wir sehen uns später. Danke nochmal! Ach! Das ist ein niedliches Kind. Ich würde jetzt allerdings sagen, für heute machen wir mal Ende, oder? Ich mache hier noch einmal kurz das Lernen.